Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Wenn- oder Sie-Sätze auf Französisch und Deutsch an. Nummer 1. Real, künftig. Présent, futur simple. Si tu l'invites, je ne viendrai pas. Wenn du ihn einlädst, komme ich nicht oder werde ich nicht kommen. Nummer 2. Irreal, möglich. Imparfait, conditionnel, présent. Si tu l'invites, je ne viendrai pas. Wenn du ihn einladen würdest, würde ich nicht kommen. Nummer 3. Irreal, unmöglich. Plus que parfait, conditionnel, passé. Si tu l'avais invité, je ne serai venu. Wenn du ihn eingeladen hättest, wäre ich nicht gekommen. Und jetzt eine Kombination aus Nummer 3 und 2. Irreal, vergangen. Möglich, zukünftig. Plus que parfait, conditionnel, présent. Si tu l'avais invité, je ne viendrai pas. Wenn du ihn eingeladen hättest, würde ich nicht kommen. Dann. Sch activate. Wenn du ihn in deinem Willen ges journeysway. ��